Ja. Selbst der Robert hat eins. Ja, wollen wir noch mal los? Nur zur Military Base? Oder zur Military Base? Würde ich sagen. Ja. Aber von hier einfach nur... Na okay, warte mal. Welcher Military Base? Ja, die andere, die große. Ach die, ah ja okay. Da wo es auch die Tankstelle gibt. Okay, wir müssen... Ja, momentan euer Lieblingsort, wa? So, die Richtung. Kannst du einmal die Waffe rausholen und wieder reintun bitte? Du bist nur am glitschen gerade. Ich bin jetzt in Kamishovo. Hm, besser? Ja, ich sitz da noch. Ja, wunderbar. Wie sieht's denn bei dir mit Essen und Trinken aus? Komm, lass hier querfährt ein, nicht über die Straße. Komm. Komm. Also essen euch. Ich komm mal zum Brunnen. Ja, ein ganz klein bisschen essen, da hab ich nur 36% Bohnen. Zombie? Ei, ei, ei. Hätte ich da direkt geschossen. Hm, das dachte ich mir gerade auch. Das dachte ich mir gerade auch. Das dachte ich mir gerade auch. Hier ist aber keiner am Brunnen. Ach so. Okay, warte. Ich guck nochmal in die Richtung. Oh, da hast du was mitgebracht, Sonny. Jawoll. Viel Spaß. Äh, joa. So. Drei Stück gleich. Einer ist schon weg. Ne, der hat nur... Der steht wieder auf. Der steht wieder auf. Warum pack die Waffe weg? Hol die Fäuste raus, ja. Wir können einfach von ihr wegrennen. Ne, ich mach die eben platt. Okay. Dauert zwar zwei Minuten. Der Scheune ist doch nix. Guck mal, der Toni, der flankiert uns. Der will uns abknallen. Seht ihr das schon? Oh. So, einer weniger. Wo steckst du denn? Ich bin hier... Komm mal hinter das Haus wieder. In der medizinischen Station. In der medizinischen Station. Oh. Ja, pass auf. Die kommen zu dir. Ja, ja. Gelbe durchbräune Kette. Ich bin jetzt mit denen da draußen. Bin hier bei dir. Heinrich wird das machen. Ach komm, ich hab dich achtmal erwischt. So wie du bist hinter mir, ne? Ich bin hinter dir, ja. Okay. Sonny ist wo? Rechts. Von euch. Ach, 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 ach. Jo, jo, jo. Auch mit gelber Kette ist schon wieder ein bisschen was anderes zu kämpfen. Ich muss höher ziehen. Ach, hier ist noch ein Thumbi. Wie viele... Schleppst du denn von denen an? So. Komm. Du bist da jetzt mal brei. Hinter dir. Ja. Ja. Irgendwie bin ich unverwundbar oder mir wird's nicht angezeigt. Willst du noch mehr zu misshaben? Ich hab bis jetzt auch noch nie Schaden von denen gekriegt, wirklich. Ah. Sag mal, Schütz... Ne. Ich hab Schaden. Ich muss das ja unbedingt ausprobieren. Also... Wenn du nen Helm aufhast und so, dann ist das schon sehr... Stimmt. So. Hast du genug getrunken? Hydrated alles? Tipi topi? Hast du was zum Doseöffnen? Ähm... Schraubt's hier. Mehr schlecht als recht, aber... Hab ich dabei... Willst du Dose haben? Ich hab. Ich wollte dir doch gerade eine geben. Ich dachte, du hättest nix. Ich hab jetzt hier ne Dose Thunfisch gefunden und hab noch so zwei Dosen so. Ja, hau weg, bis du energised bist oder dein Magen halt voll ist. Aber dazu bräuch ich dann halt was zum Doseöffnen. Ja, komm. Komm zum Grund. Warum bin ich schon wieder so viel schneller als du, Robert? Weiß ich nicht. Kann Slalom laufen und überhol dich dabei. Warte mal, laufen wir noch in die richtige Richtung? Hier liegt der Schraubenzieher dran. Jo. Äh, Tony? Ja? Wie's nu? Rechts von euch. Sehr sicher. Wunderbar, ich dank dir. Nix bald. Oh, wenn du malst. Komm, der Reha kann's ja wieder nehmen. Jo. Ja, ich hatte gerade eben nur einen Ruined. Ich glaub, damit konnten wir auch noch öffnen. Hab ich schon mal weggeworfen, ich steh. Egal, wenn ich die Dosen jetzt erstmal intus hab, dann geht's wär super. So, I'm really full, jetzt soll ich mal aufhören. Schon stuffed. So. Bisschen rumrollen, wenn ich die Sache erledigt. Und vor uns, Tony, oder hinter uns? Äh, leicht hinter euch. Ja. Nooo. Aber ich hab'n ganzen Berg zwischen. Achso. Und nervt das, wenn der nur geht, ne? Mhm. So. Wenn nämlich Stressgeräusche von euch kommen, kann ich wenigstens mal herkommen. Runter, ne? Ja. Wenn du hier noch ein interessantes Haus kennst, guck mal rein. Oben hatte ich jetzt geguckt. Aber wir sind jetzt oben auf dem Hügel. Ne, wir rennen jetzt besser Elektro. Lass mal eben warten auf Tony, oder? Ich bin rechts von euch an einer Hütte. Komm mal, lass mal eben auf Tony warten. Sag mal, bist du vor mir? Du hast doch keinen blauen Schulrucksack an, oder doch? Doch. Der ist ja hinter dem Berg. Ich dachte, sowas würdest du nicht bringen. Ich bin jetzt auf dem Weg. Ja, warte, dann kommen wir mal zu dir runter. Runter. Was für'n Weg. Hast du ihn gerade ausgezogen? Hier unten im Wald ist bestimmt irgendein Weg. Was denn? Oh, da hinten ist unsere Häuser. Oh, die seh ich. Ich sehe aber keinen Weg. Ey, der sitzt ja im Wald. Aber doch, hier oben. Hier oben ist ein Weg. Guck mal. Gelbe Kette. Oben ist eine Straße. So ein Weg, ja. Ja, ein Weg ist das nur, ne? Also ein Feldweg asphaltiert. Ne, kein Asphalt. Ne, der ist hier rechts unten. Hinter dem Wald ist, glaub ich, da ist irgendwo noch so'n Weg. Treff uns jetzt bei den Häusern hier. Genau. Wollen wir uns von den Channeln aufteilen, oder? Könnt gerne gehen, wenn ihr wollt. Aber wir kommen da eigentlich jetzt, ne? Ja, richtig, genau. Wir sind jetzt schon in Elektro gleich. Aber die sind schon auf dem Weg Richtung Military Base. Ach, die hintere da wieder. Also im Westen. Wir kommen jetzt ins Dorf rein. Ja, in den Westen. Die mit der Tankstellen-Party. Genau. Wo drauf? Zombie voraus. Ja. Ich hab' natürlich mal wieder keine Ahnung, wo ich hin muss, weil wegen kein Kompass. Kann ich dir gleich einen geben. So, Toni. Wo bist du, hast du den Schuss gehört? Ja, hab ich gehört. Die Sonne steht im Osten. In welche Richtung kam der? Okay. Ich stehe jetzt auf den Weg. So ungefähr. Wir treffen uns beim Brunnen. Hier ist einer. Ja. Wo ist der Brunnen? Ach, hier oben. Ich hätte Fäuste nicht draußen beim Rennen. Da hinten der kleine Punkt. Mh. Oh, ja. Nicht Punkt. Das wäre nur übertrieben. Pixel. Also ich ziehe die ganzen Thumbies auf mich und du schaust hier mal ein bisschen. So, welche Richtung müssen wir jetzt? Mal gucken, wo wir sind. Das ist, wo Marovo, ne? Ich check mal eben das Ortsschild. Ne, das war ja einfach nur so drei Buchstaben. Drei Buchstaben ist nicht drauf. Drei Buchstaben ist nicht drauf. Oh, das ist echt ne Menge Zombies dabei. Ah, ein paar hast du noch hier gelassen. Nur drei Buchstaben ist nicht auf der Karte verzeichnet. Auf der Karte sind zwei Brunnen verzeichnet. Da sind wir dann. Ah, okay. Dann sind wir zu weit nach Norden gekommen. Dann müssen wir jetzt noch links unten quasi, also Westen. Oh, ich hab'n blauen kleinen Rucksack gefunden. Kein Rucksack. Kommen die hier hoch? Ja, so in die Richtung. Oh nein, jetzt geh' ich wieder nur. Es geht nicht weg. Rechte Maus hast du. Ja, rechte Maus hast du. Rechte Maus hast du, genau. Okay. So. Ich könnte drauf tippen. Ah, ja. Ah, ah. Oh Wunder, oh Wunder. Oh Wunder. Ich lebe wie hier. Achso, ne. Kann ich nicht immer meine. Wollt ihr mich veräppeln? What? Ja, so hier hoch. Rucksack in Rucksack geht nicht mehr. Willst du immer die auch immer am Boden? Ja. Ah ja, nicht mehr. Gut. Jetzt werde ich doch gleich sterben. Ne, hat geklappt. Mach ich mir keine Sorgen. Ist so. Warum hüpft ihr jetzt über den Zaun? Ne, Kids. Ja, ich komm gleich. Du musst noch einen großen Schritt machen, oder was? Ja. Frei davon. Tch. Nur ne kleine Schultersche. Einen großen Schritt für die Menschheit. Ja, Sunny, guck du, dass du auch lootest, ne? Ja, ja. Das ist. Ja, aber das sieht gut aus. Aber dann ist der Server ja noch taufrisch. Gleich auch. Hier ist noch alles da. Ah. Wo warst du denn da unten? Ach, jetzt hör ich schon wieder. Bei dir? Bei der Straße unten. Bei dem Warten so auch nicht. Ah, okay. Na, ist schon gut. Ich seh euch. Ist die Richtung gut? Ja, ja. Na, ja. Na, ja. Na, ja. Ah, da sind ein paar Leute drauf. Auf dem Server, ja? Mhm. Schön. Ihr werdet's nicht glauben, ich bin richtig gelaufen. Bist du jetzt? Ey, kann nicht sein. Doch. Wo bist du denn jetzt? Ich weiß nicht, wie die Stadt heißt. Er ist richtig gelaufen, so irgendwo hin. Ja, aber das passt auf jeden Fall mit dem überein, wo ich hinwollte. Hey, ich bin an der Küste. Mhm, da war ich grad auch. Das Land, oh, weit, weit weg. Wieso wird denn mir jetzt grau? Ah, warte mal, ist das hier vorne der Wald nicht jetzt gleich schon, wo die drin ist, versteckt die Bade? Ja. Oh, scheiße. Ich hab irgendwie Server-Lags. Die Tür wird mir nicht angezeigt, dass hier auf ist. Oh, nicht, dass ich gleich schon wieder abgeknallt werde. Die ging jetzt. Bringt ja richtig fast deine 100 geile Leitung da, ey. Ja, ja. Ruf mal an bei Kabel Deutschland. Dein Daisy funktioniert nicht. Das merk ich jetzt, also klar, das merkst du ganz deutlich. Also, die Server haben eben halt auch nur begrenzte Kapazitäten. Und, ähm, je nach Tageszeit und sonst was. Die andere Seite muss halt auch die Bandbreite haben, damit das bei dir funktioniert, ja. Ja. Brown-Hunter-Pants, ich mein, ich hab gar nichts, da soll ich mich beschweren, ne. Oh, das hätte schief gehen können. Den sind wir irgendwie zu weit. Ah, da ist er. Ja, aber... Wo sind wir? Also in Elektro habe ich die Schule schon durch und das Krankenhaus. Na, ich tummle mich noch so. Ah, ich glaub ich... Warte mal, ist das Süden? Ich glaub ich hab Verbindungsabbruch. Dann hier Süden. Ich hab nen Kompass. Warte. Jawoll, du bist raus. Ah. Scheiße. Süden ist genau da, wo wir hingelaufen sind. Ja, mein ganzes Daisy hängt. Och Leute, was ist denn heute Abend los? Erst Steam, dann Daisy. Haben wir wieder Probleme mit Systemen gehabt? Jo. Mega starke. Ja, der Daisy funktioniert nicht.